Willkommen zu einer neuen Folge von The Forest. Der ist gerade verbrannt, die Leiche. Ich brauche auch noch zwei, warte, zack, ich glaube mehr brauche ich gar nicht. Ja, die Rest kannst du erstmal haben. Jo, ich habe auch genau sechs jetzt, das passt. Bin ich wieder drei Viertel voll mit der Rüstung, sehr schön. So, ich bin jetzt halb voll wieder. Jetzt könnte noch eine oder zwei kommen, ohne dass wir Schaden verlieren, dann hätten wir beide fast voll, ne? Das wäre schon nice. Ich glaube, da bräuchte man sogar mehr. Obwohl, ich glaube, am Anfang braucht man mehr Knochen und dann geht es relativ flott voran, oder? Ja, irgendwie schon. Dann müssen wir die ersten zwei, drei Pakete haben. Das erste Mal ist halt das rechte Bein, dann das linke Bein und dann... Oh, hier ist ein Beeren. Lecker. Beeren, Beeren, Beeren. Ich brauche Beeren. Ja, die habe ich gerade aufgegessen. Es wird aber schon wieder dunkel, ne? Wie, hier ist ein Beeren. Du hast den Strauch kaputt gemacht, oder? Nein, ich habe gegessen. Hä, da, hinter dir. Den Strauch habe ich gegessen, den hier. Bei mir ist da kein Strauch. Bei mir waren da nur kaputte Sticks, also Sticks entlegen. Da kommen sie wieder. Achtung, da läuft schon wieder einer, aber wieder auf der Stelle. Zwei, drei. Oh Gott. Ja gut, es wird auch dunkel, da sollten wir vielleicht nicht so weit rausgehen. Meinst du, sollen wir warten und die Felden bucheln? Wo, läufst du denen entgegen? Ich sehe die gerade gar nicht. Oben auf dem... Auf dem Berg? Ja, aber die sind bei mir wieder verschwunden irgendwie. Ja, ja, kommt wieder einer. Der läuft wieder auf einer Stelle. Ja, die, die irgendwie... So. So. So, 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 so. So. Ich sammle noch ein paar... Hase, 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 bitte. Ich fahre mal ganz kurz raus und tu die Sticks. Ich habe Hasen erwischt! Sehr gut. Ja, geil! Da kommt einer mit einer Fackel beim... Ach du Scheiße. Alter, du bist gar nicht... Loll! Ach du Scheiße. Alter, warum sagst du nichts? Ja, ich wollte doch nur ganz schnell das Bett. Ich gehe rein, mache die Tür zu, okay? Boah, das war knapp. Die hauen gegen die Mauer. Ich... Ich verpiss mich mal. Alter, wo bist du denn? Ich sehe nichts. Ich versuche gerade das Fluss wieder umzudrehen, aber... Das ist echt scheiße, wenn man alleine ist. Können wir das Fluss nicht bedienen. Das ist der scheiß Hut, ich sehe gerade gar nichts. Jetzt ist es stockfünster. Ja, ich... Ach, da, da... Da, da ist es doch. Komm halt, Herr Du. Ja, da machen wir das halt in Amorgen, oder? Ich sehe gerade gar nichts, Mann. Gerade tot. Bleib mal stehen. Was ich ungefähr eine Peilung habe, wo du bist. Naja, okay, irgendwie. Ja, scheiß drauf. Kannst du mal selber. Das sieht es aber auch gar nichts, oder? Nee, ich sehe gar nichts. Ich bin schwarz. Ah, da, da. Oh, scheiße. Ich habe vergessen, Steam aufzudrücken. Du Depp. Ah, da, da, da. Da war es gerade. Da war es gerade die. Aber immer wenn ich reinspringe, ist es kurz da, aber dann ist es wieder... Ach, scheiße, fast, fast, fast. Da ist es wieder, fast. Oh, Mann, ich habe so Angst. Scheiße. Da war es. Oh, Gott sei Dank. Da ist der Lockholder, also muss das... So langsam friere ich. Ich noch nicht. Du musst es auf der anderen Seite sagen. Scheiße. Da war es schon wieder. Okay, das fühle ich auch langsam. Ja, ich muss es loschen. Ich muss echt wieder dahin schwimmen, weil bei mir ist ich bin gleich tot. Ich will hier gleich leben. Ich mache mir schnell das Feuer an, okay? Ja. Alter, jetzt dachte ich, es würde wieder tagen, nur weil ich es Feuer angemacht habe. So. Ein bisschen noch kurz aufwärmen. Aufwärmen, aufwärmen. Mal speichern. Das ist aber auch mal was Gutes, oder? Ja, genau. Mal speichern. Voll geil, Mann. Ich habe voll... Weil ich gerade ein Hasenfell habe, Mann. Voll Hammer, Mann. Wo ist mein Hasenfell? Ach, da. Nee, das ist Lizard. Ach, da. Rabbit. Oh, aber voll geil. Das ist ja heute ein Megahammer. Benutzt es jetzt nicht aus Versehen. Nee, nee, immerhin nicht. Komm schon. Da ist es. Da ist es doch... Da ist doch E. E. Ja, aber du musst aufpassen, dass E, was du man... Ja. Komm schon. Das E, was du manchmal machst, das ist dann... Das wegdrücken. Ja, das ist das wegdrücken und nicht das... Hab's. Ja, wunderbar. Gott sei Dank. Bleib doch stehen, meine Güte. Ich war doch wieder nur an Land. Ah, oh Gott. Was zum... So, ich muss mich ja... Kannst du das aufhören, nochmal? Wollen wir jetzt eigentlich schlafen? Nee, komm. Scheiß drauf. Jetzt machen wir das Scheißzeug da hinten fertig. Komm jetzt. Da ist es vielleicht eh wieder Tag, wenn wir da... Füll deine Sticks. Eigentlich wollten wir die Folge hier survivalen, Mann. Oder wollten wir das schon letzte Folge machen? Komm jetzt, ich fliehe fast. Wir wollten das schon vor zwei Folgen machen. Achso. Interessant. Ja, aber wohl, nee. Letzte Folge. Ja, letzte Folge wollten wir das Ding fertig machen. Aber das haben wir dann irgendwie nicht mehr geschafft, weil wir wieder gekämpft haben. Komm, beeil dich. Ich bin gleich... Ich friere schon. Ich friere schon Folge aus. Ich friere schon. Ich weiß es nicht. Wir müssen das Kackfeuer hier machen. Ja, genau. Könnten wir eigentlich auch machen. Das Zwing ist auch voll. Wunderschön. Zack. Ein Hasenfeld. Wunderbar. Da hauen wir gleich mal ein bisschen weich. Ich habe ja ein Reh erlegt. Schau her. Schau dir das da an. Wunderschön. Natürlich da noch ein paar Sticks rein. Habe ich noch was? Oder war es das? Er ist, glaube ich, ein Stickholer nicht randvoll machen. Ist rechter, wenn wir da vor ein Lagerfeuer machen können. Ein, zwei Lagerfeuer. Das müsste rechnen. Gut. Für was brauchen wir jetzt eigentlich noch vier Sticks? Hey, wieso? Weil unten links steht da bei mir. Ich brauche noch vier Sticks. Und sieben Leaves. Ähm. Keine Ahnung. Hast du mal eine Leaves-Falle nicht ausprobiert oder sowas? Leaves und Sticks. Ne, vielleicht Lagerfeuer, glaube ich da. Ich will nochmal ein Lagerfeuer bauen, irgendwie. Naja. Bauen wir irgendwo was? Wollen wir hier jetzt nochmal die zweite Lampe hinbauen oder lassen wir es einfach so beschweren? Ja, dann baue ich die schnell. Weil ich mag es irgendwie, wenn es symmetrisch ist. Ah, toll, jetzt habe ich keine Sticks. Gut. Dann. Komisch, das nervt mich. Normalerweise würde ich jetzt sagen, dass wir jetzt wieder versuchen, Baumstämme aufzufüllen, aber ich habe es irgendwie... Ich wüsste aber gerade nicht, wozu wir Baumstämme brauchen. Ja, darum glaube ich einfach... Jetzt brauchen wir eigentlich... Ich würde eigentlich jetzt schlafen und dann auf Hasenjagd gehen, das Bett fertig machen und dann können wir survivalen. Oder wollen wir während uns survivalen schon die Hasen jagen? Wir können mal ganz kurz schauen, ob wir irgendwelche Hasen finden. Wenn es zu lange dauert, dann... Survivalen wir einfach mal ganz kurz. Wir survivalen ganz kurz. Alter, wie geil das aussieht. Schau mal. Hammer. Voll die schöne helle... Voll die schöne helle Blattform da hinten. Und was soll das für geil aus? Nice. Oh yeah. So unser... Ach, jetzt weiß ich hier. Guck. Das weiß ich nicht, oder? Ja. Ich muss jetzt mal schon was essen. Schau ich mal schon bei Beat vorbei. Ja genau, Beat ist gut. Yay, Essen. War eigentlich alles weg, Essen. Du kannst doch auch noch mitessen, es gibt doch alles doppelt hier. Ey, das war alles... Nein, da ist noch alles. Und Nummer eins. Und Nummer eins. Und... Und Nummer eins. Ja, ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir da mal die Büsche da hinpflanzen. Nur weiß ich nicht, was das für ein Symbol ist. Ups, das habe ich irgendwas hingepflanzt. Ja, ich auch. Ja gut, ich glaube, das war es jetzt. So. Ja gut, eigentlich bin ich voller Ausdauer. Ich habe alles eigentlich. Das ist echt Hammergrad. Ich habe so ganz bisschen Hunger. Warte, habe ich ein ganz kleines Fleischstückchen bei mir. Ja, ich habe... Stimmt, ich habe auch noch ein Fleischstückchen da. Ja, pass auf. Ja gut, im Notfall habe ich noch 14 Snacks. Hast du da Sticks dabei? Vier Stück oder so? Nein. Sticks habe ich keine. Hier. So. Hey, das... Du hast mir vorhin ganz bewusst genommen. Ah, hey, wir könnten schlafen jetzt. Sehr schön. Dann esse ich jetzt was und dann... Obwohl, esse ich in der Früh. Komm. Gut, dann schlafen jetzt. Speichern, schlafen. Jo. Ja, wir speichern. Und... Zett. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Schatz. Hast du gut geschlafen? Ja. Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. Haben wir hier noch irgendwas Essbares? Weil ich habe immer noch Hunger. Ich habe auch noch Hunger. Ich nehme halt dieses verdammte Ding. Dankeschön. Oh lol, ich esse wieder gleich. Sehr schön. Wieso, Mann? Voll geil. Ja gut, ich tue den Fisch in die drauflegen, der ist sofort fertig. Warte, ich hole mir nochmal ganz schnell Wasser mit meinem Topf. Für die Survivalen. Ja, ich komme mit. Oh, der Scheiß drauf. Ich nehme mal meine Weapon in der Hand. Weapon in das Haus. Da habe ich ein Bein mitgenommen, glaube ich. Ja, da liegt er. Ah, da ist ein Bären. Inventory. Stop. Zieh. So, Inventory. Also, falls mir mal irgendwie voll langweilig ist, werde ich mal so ein Steinpfad zum Teich machen. So, dann ganz schnell zurück aufheizen. Dankeschön. Ich habe auch ein paar. Ach, weißt was? Da machen wir wirklich die Folge. Ähm, jetzt noch schnell kurz gucken, damit wir Hasen finden oder so. Ich habe hier gerade wieder ein Totem gefunden. Jawoll! Alter, ich habe gleich einen Hasen. Da hast du einen Hasen. Ich habe einen Hasen wieder. Alter, ich bin gerade voll gut. Ich bin gerade voll den Lauf eigentlich. Der Hasen ist mir direkt reingelaufen. Da brauchen wir noch zwei Hasen. Weil dann können wir, wenn wir jetzt die Folge mit Hasen machen, dann können wir nächste Folge direkt ans... Hier sind zwei Koffer. Drei Koffer. Ist ja nice. Scheiße, was denn? Medizin, sehr schön. Es ist... Okay, warte, ich laufe noch mal zu dir. Ich habe meinen Hasen verloren. Ich versuche es jetzt immer mit dem Bogen. Ob ich mit dem Bogen da vielleicht irgendwas... Ja, vielleicht, wenn sie sich noch nicht so wegspringen oder so. Ja. Wenn ich dann die Pfeile noch mal hernehmen könnte, dann wäre es... Oh, eine Feder. Sehr schön, Alter. Es geht gerade voll ab. Wo waren die Koffer? Hier ist ein Totem. Hier bei mir. Schau her. Komm direkt auf. Alter, wie weit warst du denn bitte von mir weg? Ich weiß nicht. Ich bin nur ein paar Meter gelaufen. Ja, ich bin so weit weggegelaufen. Drei Koffer sind da. Da ist ein Fisch drin. Hier ist noch ein Totem. Ich glaube, da ist sogar Stoff dabei. Jawoll, zweimal sogar. Richtig nice. Beim Licht überhaupt gar nichts. Galle. Das ist echt blöd. Komm. Das ist irgendwie noch voll verpackt mit den Dingern. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Das ist so Totems. Ich meine, wir sehen alles doppelt. Warum kriegen sie das dann nicht auf die Reihe noch, dass wir die Tote uns gleich sehen? Bisschen schade. Ähm. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass wir... Wir sollten ein bisschen beinahe bleiben. Oh, da ist ein Vogel. Schade. Wir sollten ein bisschen beinahe bleiben, falls er dann doch zu fünft oder zu vier plötzlich angreift, damit wir wenigstens nicht erstmal warten müssen. Was? Was war da? Das ähnelt, das ähnelt ja schon fast das Survival. Und da ist ein Vogel, den kriege ich auch. Zack. Da ist ein Hase, der läuft. Ach, du scheiße, ist der Spinn. Ach, du hast einen Hasen. Dann kreisen wir den ein. Warte, ich glaube es noch. Kaum, der ist weg, Grant. Den nicht mehr. Ach, du bist ein schlechter Jäger. Oh, schön. Aloe Vera. Sehr schön, dass es nochmal Aloe Vera. Normal Aloe Vera. Hallo, was ist denn jetzt los? Nochmal Aloe Vera. Ach, das ist ein Hasen. Oh, blubb. Ach, ich sehe die immer zu spät und laufen sie schon weg. Ah, hier ist auch ein Hase. Okay, jetzt habe ich den auch verloren. Hä, wenn die dreimal hoppeln, kann es sein, dass die da diesborn? Ach, krass. Komisch. Also wenn wir nicht in der Herdorf, habe ich das Gefühl, dass wir einfach mal weg sind. Oh, da ist ein Reh. Sollen wir das Reh mitnehmen? Soll ich das Reh mitnehmen? Ja. Fleisch ist immer gut. Man kann nicht zu viel haben. Sehr schön. Nice. Richtiger Wischtier. Dein Speer habe ich auch wieder. Zack. Oh, ja gut. Dann machen wir daraus mal eine Rüstung, würde ich sagen. Hä? Was ist das jetzt? Warte. Ähm, scheiß doch. Wieso ist denn hier nirgendwo ein verdammter Hasen? Da ist kein Hasen, ne. Alter, jetzt hast du mich halt voll erschrocken. Ich sehe keinen Hasen mehr. Ey, gerade, ne, wenn man... Oh, diese verfickten Hasen, ey, das nervt mich voll, dass man Hasen fällt verroch dafür. Also Hasen sind echt schwer zu kriegen. Es gibt zwar so die Rabbit Cage, aber irgendwie... Die ist nicht gerade die hilfreichste. Hier ist ein Teich. Ich nehme ja ein paar Fische mit. Oh, das sind Beeren. Irgendwie habe ich das Gefühl, also... Ich esse... Mittlerweile esse ich alle Beeren. Irgendwie... Es bringt immer was. Hallo? Jetzt ess doch mal. Aber ich wurde noch nie so richtig vergiftet. Ach Gott, sag. Is halt. Was ist denn dein Scheiß-Problem? Hier komme ich jetzt in den Dschungel rein, oder was? Ich nochmal. Ach, jetzt sind wir hier. Schau, ach, wir sind ja wieder voll weit draußen. Wir sind bei dem großen Teich, wo die Schwäne oder Enten drin waren, ne. Ah, okay. Wir sollten vielleicht mal ein Stück zurückgehen. Kommen wir, die Folge ist auch vorbei. Wo bist denn du, Alter? Wir haben es doch übertrieben. Ja, ich hab' ich ein bisschen Fisch mitgenommen. Wo bist denn du? Da kann ich hinten. Ah, Re. Ah, scheiß Dreck. Ich hab' ein Re für dich erlegt. Oh, Alter. Nein, oh. Ich seh's nicht. Ah, da. Wo ist mein Speer? Ach, da. Na gut. Ja, stimmt. Die Folge ist später vorbei. Ja, dann beenden wir es doch einfach hier, oder? Ja, genau. Wollen wir die dann direkt weiter rausgehen oder erstmal nochmal kurz nach Hause speichern und dann wird losgehen? Ja, ich würde halt wegen Hasenfell, ja. Wollen wir noch ein bisschen weiter suchen oder wollen wir es doch einfach jetzt mal Höhle erkunden gehen? Oder wir bauen schnell hier ein Shelter hin. Das ist so ein kleines Ding. Ganz schnell zusammenhämmern aus Sticks und dann speichern und dann weiter hin. Hm? Hm. Ja, komm. Dann entscheiden wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und... Jo, danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.